Hallo, willkommen zurück. Scheiße, Mike hat mich ausgekloppt. Trotzdem, schau mal. Das ist ein guter Jock. Was hat er jetzt gesagt? Das war ein guter Jock. Das war ein guter Jock. Irgendwie so. Ach, der ist ein cooler Typ. Egal, Leute, herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil. Ich gehe weiter mit Groß. Oh, Sushima macht die Uhr an. Und dann geht er direkt nahtlos weiter, wo wir gestern stehen geblieben sind. Nämlich hier. Bei einer weiteren Zerfickung von Mongolianers. Und diese Folge werden wir mal gucken, was wir machen. Erstmal die Fragezeichen, die jetzt hinzugekommen sind. Und wie immer, viel Spaß. I must go up there. I see. Which means... hier. Thank you very well. Eine Säule der Ehre. Das heißt, wir kriegen eine neue Scheide. Das zeige ich her. Alter, wenn ich die vorschau, dann schon wieder sehen. Ja, okay. Gut. Ich sage euch ehrlich, am meisten stört mich das helle, das billige Bambusholster. So, das Schnüffeltuch, das geht ja noch am Ende. Und die Griffe sind eigentlich sogar echt cool. Aber dieses helle Bambusholz ist, finde ich, überhaupt nicht so schön. Also, naja. Können wir dahin tun, wo wir scheidigen gehört. So. Äh, dann. Zen. Ist hier ein Fragezeichen. Und ich würde sagen, danach gehen wir zu dem Tenso. Und widmen uns immer wieder der Hauptquest von Ikki. Ikki, Ikki. So, äh, Katze. Genau, Katze. Komm her. Stürme auf Gegner zu, indem du L1 gedrückt hältst. Ja, danke. Ja, siehste, da ist wieder die, die, äh, Insektenabwehrfunktion. Hat die, äh, Rüstung integriert. Klatsch, klatsch, klatsch. Ist das immer dieselbe Rüstung eigentlich? Ich glaub schon, ne? Ist doch egal, ist das so oder so? Scheiße. Blumskis. Nach wie vor the question. Wofür? Egal, besser haben als brauchen. Ich steh direkt auf dem Fragezeichen. Da. So, bis hierhin hat mich das Edonia überrascht, äh, mit neuen Fragen, also wirklich neue Sachen. Mal gucken, was jetzt hier auf uns wartet. Bei den Fragen. Wasserfach, ach ja, okay, gut, das ist all. Das kennen wir. Ähm. Lass mal ein Haiku verfassen. Komm. Zeig her. Über Trost. Über Trost soll ich poesieren. Wind im toten Baum. Der Himmel so fern. Weinen des Rinsa. Nimm. Okay, ich geb auf. Nimm irgendwas. Nimm irgendwas. Ja, Bänder erdrosseln den Fels. Ja, oh. Nein, ey. Der arme Fels. Stehst friedvoll und still. Bis Frieden einkehrt. Was soll mir das denn sagen? Was soll mir das denn sagen? Egal. Egal. Komm, drück irgendwas. Da können wir natürlich jetzt hier, äh, 45 Minuten was rein philosophieren. Oder wir lassen das einfach so stehen. Und mir ist kalt. Verdammt. Und noch ein kaltes, kaltes. Danke, Sakai. Und jetzt zack dir rein. Ach, jetzt hat er wieder eine Störung. Ich bin einfach voll genau angekommen. In dem Moment. Coole Info. So, Stirnband des Trost. Zeig dir her. Sieht mehr nach einem Kunstobjekt aus, als nach einem Stirnband. Aber lassen wir mal stehen. Warte mal, was ist das hier? Was soll das sein? Was ist hier? Der Geist von Ikki. Jemand auf Ikki gibt vor, der Geist zu sein. Ach so, ja genau. Das haben wir doch in der letzten Folge irgendwie entdeckt. Rückkehr eines Splindors. Komm, wir gehen zu Tenso. Mit dem Geist machen wir später. Kerze. Ach, mein Gott, ich habe wieder X gedrückt. Ich will immer mit dem Pferd springen, aber das habe ich immer noch nicht gefallen. So, Tenso. Ja. Ja. Mein Gott, zack. Ey, ey. Du bietest seine Hilfe, aber auch jede Mann. Ey. Das hier da. Das ist der Fall rieseng Communي und ich nicht. Das ist zugänglich. x Kfie Für damals. Achso. Achso, ich bin schon. Ich bin ein Film orchest BEN. Und ich kann dir, dass ich dich wiederholfen kann. Alles klar, Samurai. Wir haben einen Rennen vor uns. Wir versuchen, dich zu halten. Wo hast du mich gebracht? Ein altes Raider. Wir benutzen ihn, um die Samurai zu entfernen. Jetzt wird es uns sicherer von den Monglern. Du hast nicht Angst, um die Samurai zu nehmen? Natürlich bin ich. Aber wir brauchen jeden Kampf Kampf. Wir brauchen jeden Tag. Wir brauchen jeden Tag. Wir brauchen jeden Tag. Seit dem Sakai-Invasion, Samurai sind etwas weniger populär, als ein Pid von Venomus. Warum? Die Sakai-Invasion. Ichi und seine Mannschaft denken, dass sie ein bisschen Verwalt und Verwalt zu haben. Wir zeigen ihnen, dass sie nicht vor allem, dass sie nicht gut sind. Ich bin hier um Hilfe. Jetzt hörst du dich an den Samurai. Du willst dich schön mit den Raiders spielen? Du hast es benutzt. Du hast es benutzt. Es gibt eine geschlossene Entrance für den Sturmgeist vor. Die Mongols, sie haben die Entrance gefunden. Mal sehen, wie gut du bist mit den Samurai. Ja, lass sie mal herausfordern. Direkt hier. Kein Bock geht es hier, lange rumzuschnacken. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Vorhin sagte der Tenso irgendwie sowas wie, ja, wir haben einen langen Ripp vor uns und so. Mal gucken, ob du mitteilen kannst. Wir sind 70 Meter geritten. Das habe ich nicht aufgepasst. Oh ey, da ist wieder so ein Wahlsinger. Der hört aber auch sofort auf zu singen, wenn wir nah rankommen. Mein Gott Tenso, du kannst ja nichts, ey. Nice. Aber wir sind trotzdem ein gutes Leben. Oh, das war wohl mal der Eingang. Das ist Fune. Wenn alle Outsiders finden, wir blocken die Entrance, und die Geist. Keine Excepter. Ich hoffe, sie ist mehr willkommen für die Einwanderung. Wir finden schnell genug. Ist da noch ein Weg in? Nur durch den Meer. Da war ein Weg seit Jahren, vor meinem Zeitpunkt. Ich weiß, ob es noch da ist. Es ist wert. Wie viele Samurai haben diese Mann gebeten? Ich habe auch noch zurückgebracht, aber ich glaube, ich habe eine andere klinische Mann gebeten. Sie sind ein Weg für die Barbein. Sie sind ein Weg. Sie sind ein Weg. Sie sind? Sie sind gut? Ich weiß, warum die Samurai nie gefunden haben. Es ist die einzige Stronghold an Iki, die über die Saka invasion hat. Wir hoffen, dass es für die Mongols hält. Kein Weg zu cross. Es gibt immer einen Weg. Die Samurai müssen so sagen. Die Piraten müssen schlafen? Nur die Kleine. Muss ein Trick? Ich kann einen von ihnen benutzen. Es war ein Geschenk von einem Freund. Er war ein Freund. Er war überrascht. Hm. 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 Na toll. Suche einen anderen Weg. Ja. Das heißt, es gibt einen anderen Weg. Ja. Easy. Ja, reicht doch. Hm. Nicht schlecht. Bastards. Sie sind nach einem unserer船. Die Freunde von euch? Die Freunde von euch? Die Freunde? Ja. Ich wusste das. Das macht 4 craft, die wir verloren haben. Ja. Ja. Müssen wir da durch? Ja. Anscheinend. Er geht durch. Hier ist noch Loot. Da geht halt alles so einfach so, ne? Hier ist eine Festung. Da führt ein Geheimgang hin. Der Geheimgang ist leider zu. Hm. Was macht man dann? Gibt es einen anderen Weg dahin? Ja. Kein Problem. Komm mal mit hier vorne zweimal links und dann über da. Das ist alles so einfach gemacht. Weißt du was ich meine? Aber ich will mich nicht schulden. Geh dann mal auf. Alles was du machst, ist auf meiner Hand. Nicht mich vergleichen, Samurai. Geh dann auf deinen Tonfall. Geh dann mal auf. Du musst nicht über mich über mich, Tenzo. Ich versuche. Gut. Häng die Attitut und dann bist du gut. Bleib nur kurz. Häng deine Schwerte auf. Und lass mich mit der Spiegel. Ist doch gut. Mach die Bude auf, ey. Nicht wie in der Tatsache hier. Hier geht's. Denzo? Du bist zurück. Du hast einen Samurai hier gebracht? Du hast einen Samurai hier gebracht? Warte, bis Hune hört sich darüber. Ich erzähle sie mir selbst. Geh zurück zu deinen Posten. Ich gucke dich, Samurai. Ich gucke dich, Samurai. Wir holen dich nach Hune. Impress sie und die Wolken zurück. Und wenn ich sie nicht? Ich gucke dich, Schmerz. Ich gucke dich, Schmerz. Ich weiß nicht was sie für einen Samurai. Die Ego. Die Ego. Nicht so lucky wie Sie. Ich gucke dich. Ich gucke dich. Ich gucke die Pfeife. Ich habe eine Scheiße. Du kannst dich nach unten. Ich gucke dich. Geh gehen, Jin. Finne ist wundern. Was das deine Haus? ich bin mir nicht mehr als ich. Es gibt Fune, die uns von ihrer Lieblingspache zu sehen. Tenzo, komm hier! Komm, Fune! Schau, mach dich gut und installiere den Samurai. Willkommen zurück, Tenzo. Ich kann es erklären. Ich hoffe so. Weil gerade jetzt, ich bin wirklich interessiert, warum du ein Samurai in meinem Haus gebracht hast. Du hast mich gefunden, um Menschen zu kämpfen. Für uns zu kämpfen, nicht gegen uns zu kämpfen. Wenn ich mich für dich gekommen bin, wirst du es wissen. Jinn! Alles klar, Tenzo. Ich möchte, dass dieser Samurai die eigene Hände erinnern. Ich bin hierher, weil die Mongols invaded meine Hände, auch. Und wenn die Egel nicht auf Ihren Händen, dann wird sie ihre Arme und ihre Hände nach Tsushima bringen. Wir können die Egel schützen, und schützen beide unsere Hände. Aber nur wenn wir zusammenarbeiten. Ich möchte, dass wir uns zusammenarbeiten. Das ist dein Wunsch, Tenzo. Was ist dein Wunsch? Vielleicht er hilft uns. Oder er ist in einem Mongols universities. Und du kriegst um ein Samurai zu sterben auf Iki Island. Insofern, wir haben nichts zu verlieren. Du bist, Samurai. Ich hoffe, dass du nicht schiefst. Wenn die nächsten Wurzunehmen, wir nehmen alle Böse in dieser Kove und attackieren den Mongol. Das ist ein guter Weg zu verlieren. Geh mir über die Böse, dann kann ich ihn. Denzel, raus aus meiner Gesichter. Jin hat einen Punkt. Wir können nicht weitermachen, um die Böse. Aber eine Mongol-Böse von Ikki wiederholfen sie alle paar Tage. Wir können die Böse und machen die Böse selbst. Denzel, wenn du das funktioniert, du bist in charge. Ich brauche ein paar Leute. Jin kann sie sein. Sie sind deiner. Die Supplier-Ship-Docke auf dem Nordrhein des Islens. Schau für einen kleinen, tiefen Kliff. Ich will dich dort treffen. Pune. Es war ein Leid. Seid ihr Schritt, Samurai. Ich bin tot, wenn ich mich nicht persönlich bin. Ich bin tot. Ich bin tot. Wenn sie mich nicht kennen, können sie nachher zu haben, Sie wollen mich wie Sakai kommt. Aber ein Samurai ist ein krasser Typ. Oder nicht? Dann hätte ich mal weniger große Fresse. da ist man der endlosen reserve verdoppelt die menge der aufgehobenen munition beim plündern das sind doch keine talismänner weswegen du sowas hier weg machst gewehr ja okay das war jetzt schlechtes beispiel gewährt mehr vorräte raubtierfälle bambus und eibenholz beim sammeln aber jeder andere mit doppelten schaden also deswegen nimmst du doch nicht weg und alle vier minuten da der situation entsprechend den talisman zu wechseln habe ich auch keinen pack drauf können wir hier noch irgendetwas pimpen jetzt oder was die hat irgendetwas kennst du die rüstung kannst du behalten sakai clan rüstung ist das schlecht dass ich nicht die sakai clan rüstung getragen kann ach guck mal das kann ich sogar noch kaufen also brauchen wir eh nicht so äh wotschul wie du da oder ach so da lege ich jetzt das schiff ab ne da macht sinn guck mal wie weit her geholt das ist hier vorne steht ein schiff von den mongolen hier irgendwo direkt vor der bucht und ich muss einmal über den rest der map hier rüber rennen um dann wieder hier hinzufahren äh komisch weit her geholt da hat man irgendwie nicht logisch nachgedacht aber will ich mich ja nicht drüber beschweren und guck mal hier wir haben eine neue rüstung mit schmieds trio höre die kashiras geschichte in funes zufrieden wo ist die question rechts so er zählt eine geschichte schon wieder so eine geistergeschichte ich bin kashira ich sahe an rikus bloodstained banner die Dinge die ich sah noch haunt meine nightmares vielleicht kannst du mir die tale erzählen auch erzähl man was once the cuelles pirate captain to ever terrorize ichi so always saving a morsel for his loyalist a vicious ich bin soweit ich würde diese geschichten weg drücken wenn ich könnte nur weil du zu einem zeitpunkt eine schöne geschichte zu der rüstung erzählst macht das nicht besonders wenn die dann hinterher eine 015 rüstung ist wie alle anderen auch nicht viel bringt also keine besonderen effekte hat wenn sich im weiteren questverlauf beim finden der rüstung nicht irgendwie was besonderes ergibt oder so also dann kannst du dir auch die eine geschichte sparen was start to do the chest ja mindet by the poison but he clung to life protected by the arm of the sargami riko set his ship ablaze and fled with his monkey while his crew burned to death in their fiery tom danke ja irgendwo ja kein problem wir werden die finden ja ich suche gleich auch was heim und zwar den aber mich nicht voll voll cool gemacht eigentlich die geschichte an sich aber wir wissen als schon gemäß dem vorherigen spielverlauf das sowieso ab jetzt nur trockene rennerei wird so ungefähr die gleiche scheiße immer die gleiche scheiße dankeschön dankeschön ja von mir verlasse funest ja jetzt haben wir natürlich auch die legende von der schwarzen hand aktiviert jetzt bin ich auch mal gespannt wie wir denn auch der aus der bucht herauskommen ich bin vorne kommen wir reden das night we if you find yourself new sache obey i hear you can take shorter among the ship wreckage that's waster shore i'll keep that in mind are others gathering there a few the hiding out from the mongols and trading stories about the sakai invasion the sakai invasion i'd like to hear Ja, da wollte ich mal eine Story hören. Auf einmal erzählt er nichts mehr gut. Die Sakai-Invasion. Klingt als hätte der Sakai-Clane irgendwie für mehr Unwohlsein gesorgt als wir wissen. Ah, guck mal, hier kommen wir raus. Ah, gut. Da ist der Durchgang wieder frei. Alles andere wäre für das Spiel halt auch zu aufwendig gewesen, das irgendwie plausibel darzustellen. Aber ich will mich ja nicht beschweren. So, pass auf, warte mal, wir holen uns auf jeden Fall mal eben das hier. Den Fragezeichen da, den Fragezeichen vor allen Dingen. Und die, ne, warte mal, warte mal, wir gehen erst zu der Quest hin. Genau, die machen wir nämlich. Äh, das ist was mit dem Geist. Weil, könnte ja sein, dass sie uns dann Norden führt und wir automatisch zu den Fragezeichen kommen. Oh, miche halt die Mühe, Alter, ey, man. Ich fühl mich eher als hätte ich den Marathon gelaufen. Ich bin komplett im Arsch, ne. Sowohl vom Kopf als auch so körperlich. Keiner weiß warum. Gehe den Geist von Ikki-Gerüchten im Überlebenden-Lager nach. Da höre ich, da riecht noch. Ja. Moment, ich muss erst mal mal kurz eure Sachen klauen. Jetzt können wir reden. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Hehehe. Hehehe. Good one. If you want to help his fight, the ghost of Ikki is asking for donations. We leave our offerings at his camp. Northeast of where Kidafure village used to stand. If you're taking food, he likes his sake filtered and his millet washed. I'm sure he does. Also auf einmal haben die so gar keinen Respekt mehr für mich als den Geist oder aber auch vor den Rüstungen die ich trage oder so. So völlig unbekannt dann. Aber naja. Reise zum Opferplatz des Geistes. Ah ne. Natürlich müssen wir nach Süden. Verdammte Scheiße ey. Ach man. Ich will doch hier die eigentlich die Frage zeichnen. Die hole ich jetzt aber. Dann lass ich mich nicht nehmen. Katze. Guck mal her. Puh. So. Irgendwo hier links muss. Ein Frage zeichnen sein. Eine hilfende Hand. Ist das denn da ein Frage zeichnen? Wer ist der Quischt den? Hä? Hier war doch ein Quischt den Marc. ach so oder war das hier der komische putzeimer das sind damit jetzt hier machen sie brannten mein haus nieder aber ich werde nicht aufgeben ich kann es wieder aufbauen ich begebe mich jetzt in den wald um holz für die wände zu sammeln ach so ist das der typ der dem wir holz gegeben haben danach werde ich im grasland jagen und fälle für das dach erbeuten von den schiffswracks am strand kann ich bestimmt genug metall zusammen sammeln dann sollte ich alles nötige haben um mir im wald des listigen jägers ein bescheidenes heim zu bauen ich im otaru schreibe dies als versprechen an mich selbst ich werde das schaffen und noch viel mehr du schaffst das gut das war wohl doch der question markt etwa sehr spektakulär dann gehen wir jetzt hier hin machen wir den geist von icky weiter der reise zum opferplatz des geistes mein gott das ist wieder nur so ein dämlichen bullshit glaube ich richtig ein golden wird aus wie sie groß kämpf also ein krasser umverplatz verdammtes lagerfeuer auch so auch so auch wie vereinfacht ne das ist ein geist ja die 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 ersten zehn sekunden die ich mit der quest konfrontiert wäre konfrontiert werde ist oder lager von dem ok warten wir hier er wird schon wiederkommen krasser geist hm mehr sieben sammari das sind das die 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 Klauser Geist. Ne, ich bin hier der Ghost. Sogar das Spiel ist an mir benannt. Kommt da einen so ein Kasper an, ey, der sich selbst der Ghost schimpft und hier Sake klaut. Oh, guck mal, das ist neu. Kleine gelbe Säckchen für Vorräte. Warte mal, hier der, der ist sehr verlockend, der Weg hier. Oh. Oh, scheiße. Ich dachte, ich könnte da oben mit einem Kletterhagen. Ja, der Schnauze. Verfolge den Geisthochstapler. I'm looking for a trail. Has anybody seen a trail? Sehr. I found the trail. Tracks. Clumsy. Ja, wer tue gehen die Tracks. Wie soll ich denn hier Spuren verfolgen, Mann? Ah, hier so. Ah, hier so. Okay. Got you? Back off! You razor's ghost of Ikki! Ha! Enough! Ich schaue den Gehirn. Du hast nicht die Isle, aber wir haben ihn zuerst. Dieser kleine Ratschiff hat uns eine Werteilung. Er hat mir mehr. Ein Tag, Junge. Dann beginnt wir die Beinein. Also du bist der Hero, die alle sprechen. Oh nein, ich bin Gehirn nicht, aber ich arbeite für ihn. Ah, ok. Ok. Also der Caspar ist nicht der Ghost. Erreiche das Verstecke Banditen um den Geist zu finden. Den müssen wir bestimmt frei kämpfen. Ehrlich? So ein paar lächerliche Banditen. Komm her. Ja. 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 Wo? Wo? Hä? Hä? Kleiner Pisser, ey. Oh. Bleib doch mal stehen. Was war mit ihm jetzt wieder kaputt? Ja, egal geil. So, Ghost. Bist du der Ghost, oder was? Oh, Kenji. Du bist da? Du bist du der Ghost. Ja. Geh. Eine Anfeindebedeckte Beinesse. Anfeindebedeckte. Ich sollte es wissen, dass du hinterher warst. Entschuldigung, Lorzakai. Mit Mongols überall, ich... Ich kann es nicht mehr nehmen. Dann habe ich gehört, dass ein Icki-Smuggler eine eine-Wahne-Wahne nach der Hauptstadt. Ich musste raus! Und du hast nicht gesagt, dass du so gut bist. Du bist immer so beschäftigt. Wenn du so bereit bist, wie warst du so? Ich habe mich verletzt, wenn ich an den Schmuggler, wenn ich an Icki bin, einige sehr schlechte Leute habe mich verletzt. Ich versuchte mich! Du hast sie zuerst verletzt? Ich versuchte die Schmuggler, und die Sahasaka, niemand hat mich verletzt. Du bist der größte Mann auf Icki-Smuggler. Die Hälfte der Hälfte ist, die andere Hälfte ist, du hast du Geld. Am ich nahe? Ich bin froh. Das ist nicht erklärt, das Geheimnis. Die Leute hier liebe mich! Aber als Schmuggler konnte ich die Lokale inspirieren, die Lowlifes und... Und du hast den Weg nach der Hauptstadt. Jeder gewinnt! Ich sollte weg. Ich lasse dich mit diesem Schmuggler. Aber der Schmuggler würde das nicht machen, oder? Hm... Und trotzdem... Also... Ich fand den Kenji schon immer cool. War irgendwie klar, dass... den als wahrscheinlich sympathischsten Charakter von allen nochmal hier mit auf die Insel Icki genommen haben. Also die... Die Lady Maga Nagasoko, die werde ich hier wahrscheinlich nicht sehen. Wo soll ich hin mit dem? Ich wollte den Wind wehen. Falsch! Nein! Hör auf zu spielen! Da! Der Wind! Der Wind! Das ist nicht so gut. Okay, Ghost of Ikki. Du bist auf deinem eigenen Weg. Wait, wait, wait! Du kannst mich hier nicht verlassen. Jeder auf der Island ist hier zu holen! Was ist dein Rekruter? Du kennst Fugel. Ist er gut? Er hat fast verloren verloren, um deine Ransom zu bezahlen. Er ist nur ein Fischer. Der Kind braucht mich. Help me find, Fugel, and I'll be out of your hair. Wo ist der denn wieder hingerannt? Der Kind braucht mich. Dieser Freund von deinem. Wie hast du ihn verletzt, um deine Ghosn-Ghost-Performanz? Die Eagl-Tribe hat den Bord, die ich hier verletzt habe. Ich habe fast verletzt, aber Fugel hat mich aus dem Meer. Ich versuchte ihn, aber er hörte nicht. Du kannst dich nicht resistieren. Du kannst, mein Herr. Fugel, das ist mir! Fugel! 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 Vielen Dank.